Gar nicht mal so cool. Okay. Also wie gesagt, Nikita. Wurde abgesetzt hier, weil es zu wenig Zuschauer gab. Aber die Staffeln sind recht gut. Und es gibt vier aktuell. Und halt die letzten drei nur in Englisch. Ist eigentlich etwas schade. Naja. Aber man kann es auch auf Englisch hören. Man muss es allerdings sehr genau verstehen. Denn für meine... Naja. Für meine Einstellung nuscheln die da ziemlich, ziemlich stark. Und es ist nicht so... Ah. Es kommen Bullets. Farmers Bullets. Nein, noch nicht hier durch. Erstmal alles absuchen. Ah, Farmers Bullets. Und, ja. Wie gesagt, das Nuscheln. Ähm. Ist etwas schwierig zu verstehen. Sagen wir es so. So, und hier müsste der Hochofen sein. Müsste. Ich bin mir jetzt nicht sicher. So. Ach, den muss Rot fähren. Was ist hier? Okay. PSG 5 Bullets. Aua Okay Ist noch immer nicht Wow Sind wir hier überschraubt schon im Ja wir sind hier schon am Hochofen Gut Ach guck mal Hier hinten ist noch ein bisschen Leben Nein Wieso nur Wieso nur Und ich habe wieder vergessen Ich dich zu speichern Ja ich bin okay Snake Okay Gut So speichern Und jetzt versuchen wir da hinten das Leben zu Nein natürlich nicht Yeah Ja Nein Nein Okay Äh, obwohl, warte mal Wie viel Leben haben wir eigentlich gerade? Lohnt sich das, da dran zu gehen? Speichern auf jeden Fall Ja, gut, speichern Was sagt die Karte? Die Karte sagt noch Ich muss noch hier bleiben Dann holen wir uns jetzt noch das Zeug, was hier ist MFPS G1 Bullets Nicht mehr Aber hier haben wir noch ein bisschen Nikita Missile Launcher Wieso nicht? Aua, der hat mich sogar noch getroffen Gut Was sagt Ah Perfekt Das bedeutet, wir gehen jetzt wieder zurück Und zwar Mit dieser Karte So Was war das nochmal für den Raum? Ah, hier geht's einfach runter Gut Hm Hm Ha Wieso nicht Na, komm Wir wollen noch etwas schneller Fertig sein Mit dem Ganzen Ich wollte eigentlich das heute durchspielen Ich hab noch 5 Minuten Zeit So 40 Und danach Bin ich weg Das ist Vielleicht Etwas Zu Viel Aber gucken Ob wir es schaffen Da einmal durchzuspielen Hm Wer weiß Ich hoffe mal Dass das Spiel Keinen ellenlangen Abspann hat Oder ich speichere einfach Und lass den Abspann Später laufen Das geht auch Komm schon Wir wollen loslaufen Wir wollen loslaufen Wollen töten Oh Ich weiß nicht 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 Ich habe All meine Identifikation Aber meine Grund für Gehentik war Verrückte Weil du Wirst wissen dich Ja? Das ist Genau Ich will wissen woher ich komme Meine Zeit Meine Runde Alles Naomi Ich Ich in Rhodesia in den 80 Jahren Der Dirty little Orphan Rhodesia Was jetzt Zimbabwe Ja Ja, Rhodesia wurde von England bis 1965 genutzt, und es gab viele Arbeiterinnen in Indien. Das ist wahrscheinlich von dem ich meine Hautfarbe habe, aber ich bin nicht sicher. Naomi, du bist zu Angst über den Vergangenheit. Ist nicht genug, um zu verstehen, wer du jetzt bist? Verstehen, wer ich jetzt bin? Warum sollte ich? Niemand versucht mich zu verstehen. Ich war so lange allein, bis ich mit meinem großen Bruder... und ihn. Dein Großbruder? Ja, Frank Jaeger. Was? Er war ein junger Soldat. Als er mich nahe, neben dem Zambezi. Ich war halb tot aus der sterben, und er hat seine Ration mit mir. Ja, Frank Jaeger. Der Mann, den du bist, war mein Bruder und meine einzige Familie. Nein! Greifox? Wir überleben uns das zusammen, Frank und ich. Er hat mich beschädigt. Er ist meine einzige Verbindung. Die einzige Verbindung, die ich mit meinem Vergangenheit habe. Und er hat dich zurückgebracht, in Amerika? Nein. Ich war in Mozambik, als er kam. Wer war er? Er hat mich, als ich? Er ist ein großer Boss? Ja. Er hat uns in diesem Land der Freiheit gebracht. Diese Amerika. Er hat mich, als er und mein Bruder zurückgebracht haben. Er hat mich, in Afrika, um die Kriege weitergebracht haben. Ja. Das stimmt. Er hat mich. Er hat mich, für zwei Jahre lang. Stark? Nein. Das war mein Bruder. Nachher habe ich ihn verletzt, und er hilft ihm zu entfernen. Also, dieser Ninja? Ich meine... Ich meine, Grey Fox. Er kam hier, um mich zu töten? Ich glaube nicht. Ich glaube, er kam hier, um dich zu kämpfen. Ich war nicht sicher, aber jetzt glaube ich, dass ich verstehe. Ein finales Kampf mit dir. Das ist alles, er arbeitet. Ich bin sicher. Fox? Nein. Oh. Naomi, erzähl mir etwas. About Fox dye? Fox dye ist ein typ von Retrovirus, das nur die Menschen schützt und schützt. Erstens, es infecte die Macrophages im Körper. Fox dye hat Enzymes smart, kreiert durch Protein-Engineering. Es ist ein Programm zu reagieren, an bestimmte Genetische Daten in den Cellen. Die Enzymes erkennen die DNA der Enzymes? Genau. Sie reagieren, indem sie aktiveren und benutzen die Macrophage, als sie beginnst zu entwickeln TNF-Epsilon. Huh? Es ist ein typ von Cytokin. Ein Peptide, der schützt die Cellen zu sterben. Die TNF-Epsilon wird durch die Blutsträme in den Cellen, wo sie auf den TNF-Receptor in den Cellen. Und dann, sie schützt die Cellen? Die Cellen Cellen schützt einen Schocken und schützt eine extreme Apatose. Und dann, die Verkundin stirbt. Apatose? Sie bedeutet, dass die Cellen 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 schützt. Naomi. Was? Was? Sie müssen die Cellen, um mich zu töten zu töten zu töten. Genau? Ich habe noch Zeit? Naomi. Ich schütze dich nicht für mich zu töten, aber ich kann noch nicht weg. Ich habe noch ein Job. Ich habe noch ein Job. Sowie, Snake. Ich bin nicht derjenige, die die Entscheidung zu benutzen, die Fokstie. Huh? Du bist nicht? Nein. Du hast mit Fokstie gemacht, als Teil dieser Operation. Ich wollte nur das wissen. Nein. Das ist nicht die Wahrheit. Huh? Das reale, was ich wollte dir sagen, war... Snake, ich... Ich... Hey, was machst du? Ah! Snake! Naomi. Snake. Ich kann nicht die Naomi machen, eine mehr unabhängige Transmissions. Was? Naomi wurde von dieser Operation. Was ist mit Naomi? Was hat sie gesagt, wenn sie gesagt, dass die Fokstie war Teil dieser Operation? Colonel, lass mich mit ihr sprechen. Ich werde nicht. Sie ist unter Befestigung. Colonel. Du hast mich doppelt. Snake. Es gibt keine Zeit für das. Jetzt, dein Job ist zu stoppen Metal Gear. Okay, Snake? Okay, das ist gar nicht gut. Ein Agent, der zweimal hintergangen wurde. Nicht, nicht, nicht gut. So, jetzt müssen wir laufen. Komm. Wir wollen doch die Key Cards da einsetzen. Zack. Einfach hier durch. Hier ist keiner. Perfekt. Weiter laufen. So. Ah. Ja, stimmt. Cuff Grenades. Wow. Neben. Okay.